Hey, wach auf. Ah, was willst du von mir? Ich gebe einen Scheiß auf deinen verdammten Gott. Ich werde nicht zu ihm beten oder weichen, also verpiss dich oder erschieß mich selbst. Als Gefangener habe ich keine Ruhe. Ja, das stimmt. Ich werde dich befreien. Aha, ja. Sprich weiter. Ich denke, unser Prophet ist ein Betrüger. Wirklich? Denkst du nur? Ja, er erzählt jedem, dass er Wunder bewirken kann oder er zeigt es nie. Achso, aber er zeigt es nie. Ich denke, er lügt und führt uns nicht in das Königreich Gottes, sondern in die Hölle. Ja, das war super. Was für ein Bastard. Tür zu. Mach mich los und ich werde ihm seine heilige Schrift... was in den... achso, in den Rachen schieben. Achso, du mochte seine Sünde. Ich möchte, dass du ihm seine Lüge aufdeckst. Lass es euch ein Stück Brot geben, dass er auf... er... tausende von... macht... Nein, bringen ihn dazu, uns die echten heiligen Schriften zu zeigen. Bisher gab er nur uns Kopien. Achso. Also, um das mal klar zusammenzufassen. Du hast nie gesehen, dass er ein Wunder wirkt. Du hast noch nie das Original seiner heiligen Schrift gesehen. Und alles, was er tut, ist misstreden. Aber ihr alle glaubt, er sei ein Prophet. Okay. Entdehnt ihr jeden ein Idiot. Ist denn hier jeder ein Idiot? Ja, das stimmt, ja. Bestimmt. Christen im Halt. Alles Idioten. Ist doch klar. Still, da kommt jemand. Ich lass dich frei, aber du musst mir helfen, zu beweisen, dass unser Prophet ein Idiot ist. Wir haben Waffen hier, aber nicht viele. Pass auf die Waffen da auch. Ja, mache ich. Mach mich schon los. Schnell. Mein Glaubenssteuerbrüder können gewalttätig sein. Hier, das könntest du brauchen. Oh. Okay. Ah. Ja, ja, ja. Blöden Hunde. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Hunde haben die denn hier noch. Der hat bestimmt noch Wurmer. Ja. Juuuut, jetzt schneiden wir hier ein paar Leute über den Haufen erst mal. Sehr schön, doppelte Flinte brauchen wir nicht, aber das Geld nehmen wir. Okay, 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 ähm, warte mal. Das haben wir nicht, achso. Okay. Okay. Hals, Maul, Hundi, so, alle über den Haufen geschossen. Okay. Hey, hey, hey. Hm. Ah, schon los, super. Achso, um. Ah, Lehrmeister, wir glauben alle an deine Lehren. Aber in euren heiligen Schritten steht geschrieben, dass niemand über ihre Wahrheit in Fall stellt. Haha. Er sagt es nicht zu unterbrechen. Oh, du bist das. Die verlorene Seele. Du bist dieser Kerl. Äh, äh, du bist deine Kettenlos und nun bist du blutige Rache, oder? So ähnlich. Eigentlich wollte ich dich küssen, sodass die Römer dich kennen. Aber dann habe ich es mir anders überlegt. Du wirst es nicht wagen, Hand an den Propheten, unserer Allmächtigen Gottes zu legen. Ähm, ich befehle dir, leg deine Waffe ab und ergib dich. Ich habe doch hier hingezielt. Welche Waffe? Diese? Er schießt. Du hast ihn getötet. Jupp. Aber ich bat dich zu beweisen, dass er ein Lugner ist. Das habe ich. Wenn er zurückkommt, ist er ein wahrer Prophet. Denkt ihr einfach mit etwas ab und er fängt an zu stinken. Okay. Wo ist die nächste Bahnstation? Ich glaube, ich bin zu weit im Westen gekommen. Achso, nach Westen gekommen. So, das war's. Wenn er wieder aufsteht, ist alles okay. Dem Mexikanern und im frühesten Zug an der nächsten Bahnstation, den er nach, was soll er was? Hotstone brachte ein brutaler Sturm von Gedanken hütet in seinem Kopf, aber er stand drüber. Was soll er als nächstes tun? Eigentlich sollte er Bill Wooten auffällig machen und ihn skalpieren. Was für ein... Äh, was? Ne, für das, was er getan hat. Oh, entschuldigung. Ein bisschen spät ist es schon. Aber, äh, er... Aber zu allererst wollte er sich bis zum Umfallen betrinken. Jo, richtig so. Achso, ja. Hätte es zu den Herzen. Ja, mein Freund, wir sind... Ah, der Park hat willkommen. Ja, Probleme... Existiert Opfer... Nein. Ach, wisst ihr was? So springen wir mal einfach hier ganz rasch. Äh, du wanderst auch herum. Oh, mega schön, kein Spinner auf dem Kopf. Auf der Schulter. Entschuldigung. Ich versuche nach Geister deiner Ahnen. So könnte man sagen. Hast du gesehen, verdammte Warte, was? Er schaut aus dem Fenster, dann schießt er die Augen und schläft ein. Die Mexikalern würden ihn gerne an der Schulter anfassen, sieht dann aber die Spinner. Oh, was? Sei nicht so laut. Du machst dir Angst, ja. Das ist eine verdammte... Was? Enorme große Spinner auf deiner Schulter. Das ist mein Bruder. Und du wolltest dich schämen, so über ihn zu sprechen. Achso. Verdammt. Der Zugriffsfall. Kommt ihr alle aus den Irrenstaat? Und du mein Bruder suchst nach Skorpionern. Achso. Suchst nach Skorpionern. Wir entkamen der Armee vom Grauen Wolf. Wir mögen ihn nicht. Achso. Was für eine Skorpion. Ihre Stiche erlauben es uns die Welt durch die Augen des Geistes zu sehen. Er rollt die Augen. Hast du welche gesehen? Ja. Westlich von Loren. Es gab dort hunderte in der Wüste. Oh. Wir werden sich einmal in diese Richtung gehen. Jetzt wollen wir aber nach Hudson. Wir kennen einen Ort, an dem Skorpione gezüchtet werden. Die Geister zeigen uns den Weg. Ah ja. Okay. Klar. Okay. Der beste Fisch in allen Distrikten von unserem. Wer, ähm, wen sie mit nicht glauben, kosten sie selbst. Also. Wie alt bist du, Junge? Ähm. 23 vor dem Praxumester. Ähm. Geschlossen. Was? Geschlossene Lippwörter. Wie lange bist du schon? Ähm. Seit ich ein Kind war. Warum, ähm, wissen? Was? Erstens. Es gab hier Bars, die ihre Sprit nicht er... Äh. Verwässern. Zweitens. Wo kann ich Bill Wurzel oder jemand, der ihn kennt, finden? Und letztens. Hast du Mexikaner Bandit in schwarzen Klamotten gesehen? Ich zahle dir 5 Dollar für jede Antwort. Äh. Verstanden. Ich kenne da eine Bar Käse Hastensstelle. Die Straße hier runter auf der rechten Seite. Die meisten Leute tun sich, tun im Wasser mit Tequilas. Wir wirken uns dort, fügen jedoch mehr Alkohol hinzu. Perfekt. Sobald du etwas zu den anderen zwei Fragen gehörst, kommt dorthin zu mir. Super. So. Uh. Können wir neue Teile kaufen? Ach. Früher hatten wir hier Pindern. Oder auch nicht. Aber so. Doch. Wir können auch Pindern. Sehr schön. Halt. Und hier. Ah. Ah. Mein Freund hilft mir. Ich habe ein Buch hier in der Straße verloren. Okay. Hm. Gut. Ähm. Prostpanzer. Ja. 50 Prozent. Natürlich. Jetzt haben wir die Prostpanzer. Jetzt fehlen nur noch hier. Die zwei Waffen. Ah. So. Noch den Rest hier ausnehmen. Natürlich. Ah ja. Das Buch haben wir. Sehr schön. Ey. Hier waren wir doch schon mal. Ja. Ah. Hier haben wir schon mal cool gebütet. So ein bisschen. So. Schon Kohle abgesagt. Achso. Hier. Ah. Hier haben wir schon mal cool gebütet. Was zu tun? Suchst du nach Arbeit? Wie wärs das mit? Ich weiß. Tränen. Schaufeln. Achso. Okay. Okay. Dann mal hier weiter. Hm. Hatte ich. Äh. Zumindest schickt. Ich suche doch nach. Stahl. Ah. Okay. Oh. Kann wir hier auch was machen? Na ja. Na ja. Na ja. Wir sind da natürlich schon so krank. Und damit. Na ja. Untertitelung des ZDF, 2020